Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Im letzten Video hatte ich am Ende erwähnt, dass das Hinzufügen von Büchern immer noch ein bisschen kompliziert ist. Das wollen wir als nächstes vereinfachen. Wir werden also jetzt die Bücherliste um eine Methode erweitern, mit der wir neue Bücher hinzufügen können. Das Ziel ist, wie gesagt, dass wir immer mehr von der internen Struktur der Bücherliste verbergen, sodass man also die Bücherliste sehr einfach verwenden kann, ohne irgendwelche Details über den internen Aufbau dieser Objekte zu kennen. Dafür werden wir nun die Bücherliste um eine Methode Add erweitern, wie wir das wieder rechts im Klassendiagramm sehen. Der wollen wir ein Buchobjekt übergeben können und dieses Buchobjekt soll dann natürlich intern, denn dafür müssen wir immer noch sorgen, dem Array hinzugefügt werden. Das ist dann aber sozusagen eine innere Angelegenheit der Bücherliste. Wenn wir also arbeitsteilig programmieren würden, könnte das jetzt eben unser Bücherlistenexperte machen. Der kann dann eine solche Methode schreiben, ohne dass wir irgendetwas über die Details der Implementierung der Klasse Bücherliste und dieser Methode wissen. Allein aufgrund der Schnittstelle, also wenn wir den Namen der Methode, die Parameter und den Rückgabewert kennen, wissen wir, wie wir die Bücherlistenobjekte verwenden können. Der Bücherlistenexperte kann die Methode programmieren, wie er möchte, und wir können unabhängig von ihm an unserem Projekt arbeiten. Wenn wir diese Methode dann haben, wollen wir natürlich unsere HTML-Datei wieder ändern und dafür sorgen, dass diese Methode auch tatsächlich genutzt wird. Die Methode zu schreiben, aber nicht zu nutzen, wäre ja irgendwie doof. Das wird der nächste Schritt sein und den machen wir natürlich wie immer in Live. Knöpfen wir uns also wie üblich zunächst unsere Bücherliste vor. Diese wollen wir um eine weitere Methode erweitern. Das machen wir, indem wir hier einfach innerhalb der Klasse natürlich eine weitere Methode hinzufügen. Wir hatten gesagt, dass sie Add heißen soll, weil wir der Liste etwas hinzufügen können wollen. Diese Methode soll ein Buchobjekt als Parameter erhalten. Den Parameter können wir wieder nennen, wie wir wollen. Ich nenne ihn einmal Buch, kleingeschrieben natürlich, denn das soll ja eine Variable sein und keine Klasse. Wir brauchen ja eine konkrete Instanz. Dass es sich hierbei um ein Buchobjekt handelt, müssen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Das hängt damit zusammen, dass JavaScript keine Typen im strengen Sinne kennt. Wir müssen daher selber über unsere Benennung dafür sorgen, dass irgendwie deutlich ist, was wir hier gerade tun und dass wir nicht den Überblick über das verlieren, was wir hier machen. Jetzt stellt sich die Frage, was wir als Methode Add denn mit diesem Buch machen, wenn wir ein solches Buch erhalten. Gucken wir doch einmal in unsere HTML-Datei hinüber. Wir haben sie bislang über eine interne Eigenschaft Bücher angefügt. Und genau das müssen wir jetzt natürlich auch machen. Das heißt, wir können auch hier wieder den Code einmal übernehmen und werden das gleich ein wenig modifizieren müssen. Wir fügen das hier einmal ein. Und natürlich haben wir es in der Klasse, in unserem abstrakten Objekt, wieder nicht mit dem konkreten L zu tun, sondern wir müssen wieder auf die Eigenschaft Bücher des abstrakten Objekts zugreifen, also this statt L. Und der Parameter, den wir an dessen Push-Methode übergeben, heißt hier natürlich jetzt nicht mehr b, die Variable gibt es ja hier gar nicht, sondern Buch. Das ist ja der Parameter, den wir gerade übergeben bekommen haben. Diese Anweisung sorgt also jetzt dafür, dass wenn wir der Methode Add ein Buchobjekt übergeben, dieses Buchobjekt hergenommen, und intern mit der Methode Push an das Array Bücher angefügt wird. Jetzt können wir als nächstes hergehen mit dem JavaScript-Code unserer HTML-Datei die Angelegenheit wieder ein ganzes Stück vereinfachen. Statt nämlich L.Bücher.Push aufzurufen, können wir schlicht und ergreifend sagen Add. Das machen wir nun natürlich wieder für alle unsere Bücher. So können die Bücher jetzt einfacher zu unserer Liste hinzugefügt werden. Wir müssen nur noch wissen, dass es eine Methode Add gibt und dass wir dieser Methode ein Buchobjekt übergeben sollen. Wieder einmal, die Kenntnis des Klassendiagramms reicht aus. Wir müssen aber nun gar nicht mehr wissen, wie die Bücher intern gespeichert sind, ob der Fine Array oder aber sonst irgendwelche komplizierten Datenstrukturen innerhalb dieser Bücherliste verwendet werden. Alles das ist im Grunde uninteressant, denn wir können nun einfach sagen, füge das Buch hinzu. Und irgendwann sagen wir, liebe Liste, gib dich bitte aus. Und alles funktioniert, ohne dass wir dazu, wie gesagt, irgendetwas über die Details wissen müssen. Wir testen das Ganze wieder im Browser und sehen, dass das auch tatsächlich funktioniert und dass wir immer noch nichts verkehrt gemacht haben. Das ist doch schon mal prima. Damit haben wir unseren fünften Schritt erledigt, dass wir also jetzt eine Methode haben, mit der wir unsere Bücherliste nun Bücher hinzufügen können. Dass wir diese Methode dann auch verwenden, wenn sie schon existiert, ist natürlich klar, denke ich. Damit sind wir nun also in der Lage, unsere Bücherliste um Buchobjekte zu erweitern. Im Moment machen wir das noch statisch, also im Programmcode. Aber wir werden uns auch noch darum kümmern, dass das dynamisch und interaktiv geht. Aber noch nicht im nächsten Schritt. Für ein wenig Interaktivität wollen wir nun aber sorgen. Bislang geben wir einfach nur statisch die gesamte Liste aus, was immer am Anfang als Bücherliste erzeugt wird. Wir wollen letztlich ja zwei Arten von Interaktion zulassen. Die eine besteht darin, dass der Benutzer in dieser Liste suchen können soll, also sich die Bücher eines bestimmten Autos anzeigen lässt. Die zweite besteht darin, dass er auch weitere Bücher hinzufügen kann. Zunächst einmal soll es darum gehen, dass wir die Suche hinbekommen. Wir machen auch hier wieder einen kleinen Zwischenschritt, der darin besteht, dass wir dem Benutzer diese Seite zunächst so anzeigen, wie das hier abgebildet ist. Den ersten Absatz lassen wir wieder weg. Was uns hier interessiert, ist der Link Suchen, der hier zu sehen ist. Auf den soll der Benutzer klicken können, sodass dann die Liste angezeigt wird. Die vollständige Bücherliste soll also nicht, wie bislang immer sofort beim Besuch der Seite angezeigt werden, sondern erst, nachdem der Benutzer gesagt hat, dass er die Liste sehen möchte, indem er diesen Link anklickt. Dabei soll zunächst immer noch die vollständige Bücherliste angezeigt werden. Wir verwenden hier zur Abwicklung aber kein Formular, sondern einen Anker, weil ich gerne zeigen möchte, dass man auch andere Elemente mit Eventhändlern versehen kann. Dafür werden wir die Standardfunktionalität eines Ankers umbiegen. Normalerweise würden wir, wenn wir auf den Link mit dem Wort Suchen klicken, auf eine andere Webseite landen. Das wollen wir hier aber nicht und werden das daher verhindern, indem wir gar keine Adresse angeben, zu der der Link hinführen soll und außerdem dafür sorgen, dass ein Eventhändler dahinter liegt, der dann eine von uns definierte Aktion durchführt. Der Eventhändler wird den Wert False zurückgeben, sodass die Standardaktion, also das Verfolgung des Links, nicht ausgeführt wird. Der Eventhändler soll dann aber die Bücherliste ausgeben. Und wohin? Ich hatte zu Beginn dieses kleinen Projekts schon gesagt, dass wir hier eine Single-Page-Anwendung erstellen, also keine neue Seite mit dem Suchergebnis laden. Stattdessen wollen wir das Suchergebnis auf dieser Seite hier direkt anzeigen. Dafür werden wir den unten stehenden Text, noch keine Bücher ausgewählt, durch unsere Bücherliste ersetzen. Wenn der Benutzer auf Suchen klickt, soll nun dies passieren. Auf der Sucheseite selber erscheint die komplette Bücherliste. Zunächst einmal die komplette. Im nächsten Video werden wir uns dann angucken, wie wir selektiv nur die Bücher des Autors anzeigen, für den der Benutzer sich interessiert. Was wir also zusätzlich noch neu lernen werden, neben der Tatsache, dass wir einen Link auch mit einem Eventhändler versehen können, ist, dass wir den Text einer Webseite nachträglich verändern können. Wir werden uns dazu auf der Webseite den Absatz besorgen. Dafür können wir die schon uns bekannte Methode Document Get Element by ID verwenden. Wir wissen schon, dass wir mit der Eigenschaft inner HTML dieses Elements auf dessen Inhalt zugreifen und diesen auch verändern können. Wir können dort kurzerhand eine Zeichenkette hineinschreiben. Wir werden uns angucken, wie wir das machen. Tatsächlich werde ich es ein kleines bisschen anders machen, als gerade beschrieben, aber das werden wir gleich sehen, wenn wir das in live durchführen. Unser Arbeitsprogramm für diesen Schritt besteht also darin, dass wir zunächst einmal ein HTML-Element für die Ausgabe der Liste erstellen. Das ist der Absatz unten mit dem Text noch keine Bücher ausgewählt. Dieser Absatz wird einen geeigneten Identifikator erhalten, sodass wir später auf ihn zugreifen können. Wir werden einen Verweis erstellen, das war das Wort suchen, an den wir einen Eventhändler knüpfen, der seinerseits eine Funktion aufrufen wird, die wir noch definieren müssen. Diese noch zu schreibende Funktion soll dann dafür sorgen, dass die Bücherliste in das gerade genannte HTML-Element ausgegeben wird, statt dass ein Verweis verfolgt wird. Wir müssen außerdem die gerade schon angesprochene Funktion zur Anzeige der Bücherliste in einem HTML-Element schreiben. Das ist die Funktion, die von dem Eventhändler aufgerufen wird. Diese Funktion erhält als Parameter die auszugebende Zeichenkette und sonst nichts weiter. Sie wird dann auf ein spezielles Element zugreifen, nämlich das Absatzelement, das wir vorher über unsere ID benannt haben. Dieses Element werden wir uns über Document Get Element ID bei ID besorgen und können den Inhalt dieses Absatzes nachträglich ändern. Das ist also unser nächstes Vorhaben, das wir wieder in live angehen wollen. Das Erste, was wir jetzt in unserem Programm auf unserer HTML-Seite machen, ist, dass wir diese Document Write Anweisung hier herausschmeißen. Denn erst einmal soll ja nun nichts angezeigt werden. Wir zeigen unsere Bücherliste zunächst noch nicht an. Stattdessen fügen wir hier einen Absatz ein, der einfach nur aus dem Wort suchen besteht. Das machen wir hinter dem Skript wohlgemerkt. Wir machen das als ganz normales HTML hier hin. Dieses Wort alleine macht natürlich noch gar nichts. Das ist einfach nur statischer Text, der hier steht. Daraus machen wir nun einen Link, also ein ahref gleich. Und hier würde nun die Adresse stehen, zu welcher Seite unser Link führen soll. Wir werden aber, wie eben gesagt, diesen Link quasi deaktivieren, indem wir mit einem Event-Händler abfangen, wenn der Benutzer auf diesen Link klickt und dann dafür sorgen werden, dass etwas Bestimmtes passiert, aber auf keinen Fall der Link seiner eigentlichen Bestimmung folgt, also eine andere Seite öffnet. Da wir das ja schon wissen, können wir hier einfach ein leeres Attribut angeben, also nichts zwischen die öffnenden und die schließenden Anführungszeichen schreiben. Wir werden dann gleich noch dafür sorgen, dass hier ein On-Click-Event-Händler hineinkommt und den schreiben wir schon einmal rudimentär hier hin. Das ist etwas Neues. Das haben wir so noch nicht gesehen. Wir können Event-Händler nicht nur an Formularelemente hängen, sondern bestimmte Event-Händler können wir für beliebige HTML-Elemente festlegen. So können wir beispielsweise für einen Anker, wie wir ihn hier haben, also einen Link, den man normalerweise verfolgen können will, auch einen On-Click-Event-Händler angeben. Dieser On-Click-Event-Händler soll natürlich etwas machen und ähnlich wie bei den Formularelementen soll er eine Funktion aufrufen. Ich nenne die einfach einmal Anzeigen. Die müssen wir gleich noch definieren und dann überlegen, was wir als Parameter übergeben und was sie machen sollen. Der Event-Händler wird anschließend den Wert False zurückgeben, damit die Standardaktion des HTML-Elements nicht ausgeführt wird. Das heißt, dass der Link nicht verfolgt werden soll. Das speichern wir einmal und dann können wir das einmal im Browser neu laden. So sieht das Ganze also jetzt aus. Und wenn wir auch Suchen klicken, wird keine neue Seite geladen, weil wir im Event-Händler Return False gesagt haben. Deshalb passiert nichts weiter. Die Funktion Anzeigen müssen wir uns wie gesagt gleich noch ausdenken. Und was wollen wir dieser Funktion als Parameter übergeben? Nun, die Liste, die durchsucht werden soll, also das Objekt unserer konkreten Bücherliste. Und das ist L. Ich hatte eben aber schon gesagt, dass ich die Liste nicht als Objekt übergeben möchte. Auch das könnten wir machen, will ich aber nicht. Sondern stattdessen die Zeichenkette, die unsere Liste enthält, also die Tabelle, wie sie von L.toString zurückgegeben wird. Hier wird das Objekt nicht in einem Zeichenkettenkontext verwendet und daher können wir uns hier nicht auf einen impliziten Aufruf dieser Methode verlassen. Vielmehr müssen wir hier nun diese Methode ToString explizit aufrufen. So wird jetzt die Zeichenkette, die unsere Bücherliste repräsentiert, also der HTML-Code für die Tabelle, an diese Funktion Anzeigen übergeben, die wir gleich, wie gesagt, noch schreiben müssen. Außerdem wollen wir hier noch einen Absatz anfügen, mit dem Text noch keine Bücher ausgewählt. Dieser Absatz soll dann nach einem Klick auf den Link durch die Tabelle mit unserer Bücherliste ersetzt werden. Damit wir gleich von JavaScript aus auf diesen Absatz zugreifen können, geben wir ihm eine ID mit. Die nennen wir zum Beispiel Ausgabe. Wir laden die Seite noch einmal in so einen Browser neu und sehen hier nun den neuen Absatz und wenn wir auf den Link klicken, passiert weiterhin natürlich nichts, weil wir die Funktion Anzeigen ja immer noch nicht geschrieben haben. Das machen wir aber jetzt. Die Funktionen für Event-Händler, so hatte ich gesagt, werden typischerweise im Head des Dokuments definiert. Das muss man so nicht machen, aber häufig ist es sinnvoll, das so zu tun. Wir legen hier also eine Script-Umgebung an und definieren darin nun unsere Funktion Anzeigen. Wir hatten gesagt, dass wir einen Parameter übergeben, den müssen wir also hier vorsehen. Das soll, so hatten wir eben überlegt, eine Zeichenkette sein und so nenne ich den Parameter dann auch einfach einmal Zeichenkette. Nicht unbedingt schön, aber das tut's. Was wollen wir nun mit der so uns übergebenen Zeichenkette machen? Wir wollen diese in dieses HTML-Element Ausgabe hineinschreiben. Wir haben hier unten diesen Absatz mit der ID Ausgabe. Dieses Element besorgen wir uns jetzt. Wie wir das machen, wissen wir schon, nämlich mit Document Get Element by ID. Dem übergeben wir als Parameter den Namen des Elements, an dem wir interessiert sind, also Ausgabe. Und von diesem Element wollen wir uns den HTML-Code angucken. Auch da wissen wir schon, wie das geht. Das hatten wir schon einmal gesehen, das ist das Inner-HTML. Und dieser Eigenschaft Inner-HTML des HTML-Elements mit der ID Ausgabe wollen wir einen neuen Wert zuweisen, nämlich die uns hier gerade übergebene Zeichenkette. Und das sollte es eigentlich jetzt tun. Das heißt also, wenn der Benutzer auf unserer Webseite auf Suchen klickt, wird die Funktion Anzeigen aufgerufen und als Parameter L.String übergeben. L.String ist die Methode unserer Bücherliste, die diese Tabelle als Rückgabewert liefert, die alle unsere Bücher enthält. Dieser Rückgabewert, also unsere Tabelle als Zeichenkette, wird an die Funktion Anzeigen übergeben. In unserer Funktion hier oben enthält die Zeichenkette also nun unsere vollständige Tabelle und die Funktion sorgt jetzt dafür, dass in dieses HTML-Element hinein unsere Zeichenkette geschrieben wird. Jetzt können wir ausprobieren, ob das auch tatsächlich funktioniert. Wir laden die Seite im Browser neu, klicken auf Suchen und tatsächlich funktioniert das. Wenn ich die Seite wieder neu lade, steht hier wieder keine Bücher ausgewählt und wenn ich auf Suchen klicke, wird wieder unsere Tabelle angezeigt. Wichtig ist dabei, wie gesagt, auch diese Zeile Return False, die wir hier haben, die dafür sorgt, dass wir nicht auf einer neuen Seite landen, sondern da bleiben, wo wir sind. Wir haben also jetzt das HTML-Element für die Ausgabe der Liste erstellt. Das war dieser Absatz mit dem Text noch keine Bücher ausgewählt, dessen Inhalt durch unsere Bücherliste ersetzt wird, sobald wir auf den Link Suchen klicken. Da wir den Link mit einem Event-Händler versehen haben, können wir festlegen, was dort zu passieren hat, wenn der Benutzer dort klickt und können auch verhindern, dass, wie es sich für einen Link eigentlich gehört, eine andere Webseite geladen wird. Der Event-Händler ruft eine Funktion auf, die wir oben im Kopf des Dokuments definiert haben, wie wir das meistens machen. Wenn wir Event-Händler definieren, schreiben wir die Funktionen, die von diesen aufgerufen werden, oben in den Kopf der HTML-Datei hinein. Diese Funktion erhält als Parameter die auszugebende Zeichenkette und schreibt die Bücherliste in das spezifizierte HTML-Element, Get-Element bei ID zugreifen können. Damit haben wir jetzt dafür gesorgt, dass unsere Bücherliste nicht mehr sofort angezeigt wird, wenn wir die Webseite besuchen, sondern erst, nachdem eine Interaktion durch den Benutzer erfolgt. Im nächsten Video wollen wir das Ganze dann mit einem Formular versehen und dem Benutzer ermöglichen, den Namen eines Autors einzugeben, sodass wir anschließend nur die Bücher anzeigen, die von diesem Autor stammen. Und dann machen wir uns auch noch an den letzten Schritt, nämlich die Möglichkeit, der Bücherliste über ein Formular weitere Bücher hinzuzufügen. Tschüss, bis zum nächsten Video.